Crowdstrike hat einen Bericht veröffentlicht, der erklären soll, wie es zu dem großen Ausfall kam. Da habe ich in den vorherigen Beiträgen schon mal darüber berichtet. Hier zusammengefasst, am 19.07. gab es einen großen Ausfall, bei deren, ja, eine Art Antivirus-Software, die wird vor allem von Unternehmen eingesetzt, auf Windows-PCs, da wurden dann Millionen PCs auf einmal unbrauchbar, die starteten nicht mehr, das könnt ihr im Detail alles hier in diesen beiden Beiträgen nachlesen. Dieser Bericht, der soll die Frage beantworten, die sich alle stellen, nämlich was die Ursache war, dass es zu diesem riesigen Ausfall kam. Da beschreiben sie erst mal, was ist passiert nochmal, das ist ja inzwischen bekannt. Jetzt interessanter wird es dann hier, was ist schiefgelaufen und warum. Hier ist eine lange Erklärung zu drin, sie haben einmal diesen Sensor-Content, das ist die Kernkomponente zur Erkennung, der enthält Code, der langfristig genutzt werden soll und der ist immer mit dieser Antiviren-Software gebündelt. Natürlich darf dabei auch nicht künstliche Intelligenz fehlen, das ist ja heutzutage absolute Pflicht. Bei der Komponente können die Admins zumindest auswählen, ob sie die aktuellste Version möchten oder maximal zwei zurück, das ist aber hier nicht die problematische Komponente. Sie beschreiben hier auch, wie viel sie hier testen mit allem Möglichen, aber das ist uninteressant, weil der Ausfall, der kommt nämlich von dieser Rapid-Response-Content-Komponente, das sind im Grunde die Muster, wie sie eben dieser obere Teil hier verwendet, um eben anhand von diesen angeblich verdächtigen Mustern irgendwas zu erkennen, also Schadsoftware oder ähnliche verdächtige Dinge. Die wird ständig über die Cloud-Form-Hersteller aktualisiert und der Nutzer hat keine Kontrolle darüber, da kann man also keine Updates verzögern oder abschalten. Während das hier oben gar nicht mal so schlecht klingt, da schreiben sie ja, sie haben hier automatisierte Tests, Unit-Tests, Integrationstests, Leistungs- und Belastungstests, aber hier unten, das ist der Knackpunkt, da fehlt all das. Bei Rapid-Response, bei diesen Mustern, da prüft bloß ein Parser, der heißt hier Content-Validator, der prüft, ob das Syntax, also die Regeln der Sprache von dieser Datei, ob die stimmen. Wenn das der Fall ist, dann werden diese Änderungen sofort verteilt, es gibt keine weiteren Prüfungen, kein Mensch testet das und es wird noch nicht mal schrittweise ausgerollt, um zumindest den Schaden in so einem Fall, wenn was schief läuft, zu begrenzen. Warum das hier fehlt, das beantwortet der lange Bericht nicht. Wenn man hier mal weiter runter scrollt, dann haben sie aber einen Absatz, was möchte man jetzt tun, um das in Zukunft zu vermeiden? Hier gehen sie zum einen auf diesen Rapid-Response-Content-Teil ein, also der, wo bisher so gut wie gar nicht getestet wird, der soll jetzt endlich vernünftig getestet werden. Wenn man das hier so liest, zum Beispiel Monitoring, den Kunden Kontrolle geben oder auch nur Change-Logs, also den Leuten schreiben, was man hier verändert hat, das sind alles grundlegende Sachen, das sind alles Maßnahmen, die offensichtlich gefehlt haben, wenn man die hier auflistet, um in Zukunft was besser zu machen. Genauso hier oben, das ist ja generell, da geht es hier um Stabilität, um Tests, also hier sowas wie, dass die Entwickler lokal testen, dass man Rollback-Strategien macht, also wie man wieder zurückkommt, wenn was kaputt geht, Last-Test, Stabilitätstest, Kurzum, Softwareentwickler werden staunen, all das sind Selbstverständlichkeiten für ein großes Unternehmen, welches behauptet, dass es professionelle Software entwickelt, vor allem, wenn es halt auch noch um eins geht, das in der Sicherheitsbranche tätig ist und damit ja einen besonderen Anspruch hat und sagt, wir sind hier sicher, wir wollen hier mehr Sicherheit bringen und nicht selbst noch viel weniger Sicherheit schaffen. Hier kann man es lesen, die besten Sicherheitslösungen, also da schmückt man sich hier ganz vorne mit dabei zu sein, aber diese Liste hier, die zeigt, dass man da eher ziemlich weit hinten steht bisher. Ist das so wichtig? Ja, das ist wichtig! Wie fatal das in Zahlen war, da kommen jetzt immer mehr Schätzungen, zum einen hier aus der Versicherungsbranche, da sagen sie jetzt, dieser Ausfall, der kostet alleine den Fortune 500 Unternehmen 5,4 Milliarden US-Dollar. In die Liste kann man reingucken, da habe ich mal spaßeshalber nach SAP gesucht, die sind ja bei uns relativ groß, machen über 30 Milliarden Umsatz im Jahr 2023, die sind auf Platz 472, also gerade noch ganz hinten mit dran, wenn man hier mal die Filter entfernt, dann sieht man hier, da sind Weltkonzerne drin, also das sind schon richtig große, hier zum Beispiel Amazon hier auf Platz 4, also einige Großkonzerne, Apple Shell und so weiter, das sind also nur jetzt diese ganz großen, was da komplett fehlt, ist zum Beispiel der Mittelstand, die ganzen Unternehmen bei uns in Deutschland, da ist also eine hohe Dunkelziffer, die hier noch an Schäden vorhanden ist, aber in dieser Zahl, in dieser ersten Schätzung, noch gar nicht enthalten sind. Nachdem der Crowdstrike-Chef hier ziemlich bestürzt ist, sich entschuldigt und sagt, das ist hier absolute Katastrophe, das tut uns richtig leid, was ist denn da jetzt die Folge, was kann man da erwarten, zahlen die jetzt? Diese ganzen Schäden? Natürlich nicht, wir machen es viel besser, jeder von den Partnern hier, der hat anscheinend einen Brief bekommen und in dem bietet man als Entschädigung einen 10 Dollar Lebensmittelliefergutschein, wo man sich was bestellen kann an. Spätestens hier dürften sich Betroffene ziemlich über den Tisch gezogen fühlen und dürften sich fragen, sind sie hier bei versteckte Kamera oder sowas, aber auch wer sich jetzt denkt, na gut, den Schaden haben wir eh schon und wahrscheinlich werden die dafür nicht haften, also nehmen wir wenigstens hier diesen Gutschein und holen uns da einen Kaffee. Auch da sieht es schlecht aus, einer von den Betroffenen sagt hier, er hat es versucht, da kommt eine Fehlermeldung, dass dieser Gutschein nicht mehr gültig ist. Zumindest da sind sie konsistent, die Antivirensoftware ist kaputt und die Gutscheine, die sind hier dementsprechend auch unbrauchbar. Bei der Uniklinik in Schleswig-Holstein, da möchte man offensichtlich mehr als diese 10 Dollar, die am Ende auch nicht funktionieren, als Entschädigung. Bei denen hier sind laut eigenen Angaben ungefähr 9000 Windows-PCs betroffen und 140 Operationen mussten abgesagt werden. Dazu standen diverse Funktionen nicht zur Verfügung, zum Beispiel das Ein- und Auschecken. Zwei Standorte sind das hier, wo sich das drauf verteilt. Als Konsequenz, in Anführungsstrichen, möchte man hier jetzt CrowdStrike verklagen, dass man Schadensersatz bekommt, aber wirkliche Konsequenzen aus der Sache ziehen und die Software nicht mehr einsetzen, zum Beispiel, was ja so das Mindeste wäre nach so einer Aktion, das haben die hier nicht vor. Die sagen, es würde ja vom BSE empfohlen, es wird also die Verantwortung auf die abgewälzt, deswegen tut man da bloß eben gucken, dass man Schadensersatz kriegt und dann nutzt man das Zeug weiter. Wie bereits vermutet, hat man es nun schwarz auf weiß, dass ja der Hersteller an grundlegenden Tests und Kontrollmechanismen gespart hat. Offensichtlich aus Profitgear hat man hier seine Kunden ins offene Messer laufen lassen, gehandelt wird erst jetzt im Nachgang, eben nur, wenn es wirklich geknallt hat, zumindest erweckt man diesen Eindruck. Die Kunden dürfen das bitter bereuen, zumindest sollte man das nach der Aktion meinen, aber gerade das, was hier in Schleswig-Holstein passiert, das finde ich schon erschreckend. Wir haben hier kritische Infrastruktur, das ist nicht irgendein privates Unternehmen und die wollen hier weiterhin auf dieses Produkt setzen, was selbst Compliance-technisch heikel sein dürfte, weil es hier in den AGB von CrowdStrike einen umfassenden Ausschluss gibt, wo hier eben einige Dinge sind, wo man sagt, Krankenhäuser, das könnte hier schon schwierig werden, also da haben die sich abgesichert, ob die da irgendwas kriegen, ist fragwürdig, aber dass sie da weiterhin noch draufsetzen, das ist noch viel fragwürdiger. Da möchte man sich kaum vorstellen, was ein Unternehmen für schlimme Dinge tun muss, damit hier so jemand wie das Uniklinikum Schleswig-Holstein sagt, ja, das ist jetzt endgültig unter der Gürtellinie, die Grenze ist erreicht, wir schmeißen die raus. Da kann man nur hoffen, dass die Klagen Erfolg haben und damit eine neue Ära einleiten, in der kommerzielle Software langsam aber sicher weniger schlecht werden muss. Was denkst du darüber? Schreib es gerne auf uLabs.de zu uns ins Forum oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.